Uttita Stita Vivekasana ist die Stellung des Nachdenkens, die aufgerichtete Stellung des Nachdenkens. Zwei Asanas werden so bezeichnet. Zum einen kannst du aus einer beliebigen Sitzhaltung, zum Beispiel Padmasana, die Arme vor dem Brustkorb verschränken, die Augen schließen und tief nachdenken. Das ist Vivekasana. Und Uttita heißt aufgerichtet, auch aufgestanden, ausgedehnt und Stita heißt fest und ruhig. Wenn du also in dieser Stellung längere Zeit verharrst, kannst du nachdenken und kommst dann zu Viveka, zur tiefen Unterscheidungskraft. Dann gibt es auch Uttita Stita Vivekasana im Stehen. Und manche sagen, dass im Stehen die eigentliche Uttita Stita Vivekasana ist, denn Uttita heißt eben auch aufgerichtet, aber eben auch stehend. Dort gibst du die Fersen zusammen, Zehen zusammen und kreuzt die Arme vor dem Brustkorb, schließt die Augen und denkst tief nach, um Viveka zu erreichen, die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, zwischen der wahren Freude und dem vergänglichen Glück, zwischen dem ewigen und dem vergänglichen und auch die Unterscheidung zwischen dem wirklichen und unwirklichen. Also, diese ist eine Stellung für Viveka, Nachdenken und Unterscheidungskraft.